Ja, ich, Jascha Renner, bin ein extremer Mensch. Wir alle haben unsere Extreme. Ein Schwarz-Weiß-Denken ist ein Extrem. Ich war früher viel extremer, in meinen Ansichten. Wie ich ja eigentlich nur Angst habe, dass wenn die andere Person anders ist als ich, dass wir vielleicht nicht mehr zusammenpassen. Unser Ego ist auch extrem. Es beinhaltet nämlich zwei Seiten der gleichen Münze. Das darfst du auch mal versuchen, bei dir zu beobachten. Oh, wenn ich mich immer anpasse, dann bin ich ja nicht frei. Ich passe mich nicht an. Ich muss mich jetzt gegen diesen Anpassungsdruck stellen. Rebellisch zu sein und immer das Gegenteil zu tun, ist auch unauthentisch. Mit Narzissmus, Psychopathie und Machiavalismus. Menschen, die zu extrem neigen, haben das ein bisschen stärker ausgeprägt. Da ist eine Korrelation, keine Kausalität. Hey, im Zweifel bin ich lieber bescheiden. Im Zweifel atme ich lieber nochmal tief durch. Und versuche nicht darauf zu beharren, dass meine Meinung die richtige ist. So, jetzt kommen wir mal zum extremen Teil. Ich bin ein extremer Mensch. Ja, ich, Jascha Renner, bin ein extremer Mensch. Wir alle haben unsere Extreme. Ein Schwarz-Weiß-Denken ist ein Extrem. Weil Schwarz und Weiß sind nur zwei. Es sind zwei Teile des Spektrums, links oder rechts. Das ist extrem. Ich bin ein extremer Mensch. Ich war früher viel extremer in meinen Ansichten. Ich denke, es hat mir viel Sicherheit gegeben. Ich wollte, dass andere das denken, was ich denke. Ich dachte, es gibt eben eine Wahrheit und eine Unwahrheit. Ich wollte so, dass andere auch endlich darauf kommen. Dass sie auch endlich sehen, dass meine Ansicht ist doch besser. Das ist ja nicht nur für mich besser, sondern das wird dich auch glücklich machen. Sieh das einfach so wie ich und das wird dir helfen. Und wenn andere eine andere Meinung hatten, dann musste ich sie letztendlich davon überzeugen, dass ihr Handeln und ihre Überzeugungen ja nicht ganz perfekt waren. Seht doch endlich, dass dich das doch zum Unglück bringt. Das ist nicht gut für dein Leben. Da müssen wir jetzt reingehen. Da müssen wir jetzt reingehen. Wir müssen da jetzt reingehen. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Da müssen wir jetzt reingehen. Und davor können wir jetzt auch so nicht weitermachen. Weil das so wie du jetzt bist, so wie du gerade handelst und so bist, da komme ich jetzt nicht drauf klar. Nee, so kommen wir nicht weiter. Das heißt, ich konnte die anderen nicht voll akzeptieren auch, wie sie waren. Weil ich dachte, ja, was dachte ich eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Und das ist jetzt der Grund, warum ich so war, viel, bin heute sicherlich immer noch so teilweise, aber warum ich mehr so war, extremer war, ich war extremer im Extreme, im Extremsein. Der Grund für Extreme in uns Menschen sind folgende. Das sage ich nur einer. Es ist die Angst vorm Alleingelassen werden. Das möchte ich jetzt mal so richtig, dass du das so richtig rein sinken lässt. So richtig rein. Wenn du unbedingt möchtest, dass andere Menschen sich verändern, wenn du möchtest, dass andere Menschen aufmerksam werden auf etwas, so guck doch mal da, dann hast du Angst vorm Alleingelassen werden. Und es ist so schön, das zu wissen. Weil ich kann das bei mir jetzt auch immer mehr erkennen. Wie ich ja eigentlich nur Angst habe, dass wenn die andere Person anders ist als ich, dass wir vielleicht nicht mehr zusammenpassen. Dass die Person vielleicht, weil sie anders ist, irgendwann mich auch nicht mehr mag oder mich ausstoßen will. Oder, was ich bei mir auch wahrgenommen habe, vielleicht nochmal, ich bin auch ein rebellischer Mensch. Und früher war ich extrem rebellisch. Und das sehe ich bei vielen Menschen, diese extreme Rebilität. Ist das ein Wort? Rebellion vielleicht, ja. Unsere Ego-Abwehrschicht, unser Ego, ist auch extrem. Es beinhaltet nämlich zwei Seiten der gleichen Münze. Unser Ego beinhaltet extreme Anpassung und extreme Anpassungsopposition. Das darfst du auch mal versuchen bei dir zu beobachten. Entweder wir passen uns extrem an, wir sind ein extrem anpassender Mensch. Oder wir sind ein extrem rebellischer Mensch, machen alles immer genau andersrum. Aber beides ist nicht authentisch. Beides kommt vom Ego. Es sind beides gleiche Münze. Und indem du dich jetzt eben nämlich dagegen stellst, was eben oft bei Menschen ist, sie merken, oh, wenn ich mich immer anpasse, dann bin ich ja nicht frei. Und da habe ich so ein paar Spezialisten auch in meinem Freundeskreis, die sind aber wirklich extrem so. Dann bin ich ja nicht frei. Ich passe mich nicht an. Ich muss mich jetzt gegen diesen Anpassungsdruck stellen. Und wenn du das machst, wenn du dich gegen einen Druck stellst, wirst du auch erstarrt und immer kontrollierter. Und das wird eine fixierte Haltung. Rebellisch zu sein und immer das Gegenteil zu tun, ist auch unauthentisch. Zu einem Teil. Also die Balance, die Authentizität liegt immer irgendwo in der Mitte. Liegt immer zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen extrem angepasst oder extrem rebellisch. Ich finde es wichtig, auch hier zu wissen, dass Extreme, extrem ungesund, Extreme sind eben nie authentisch. Wenn du irgendwo extrem bist. Und da gab es auch eine interessante Studie, die ich in einem Buch von Jamie Will gelesen habe. Dass Menschen, die zu Extremen neigen, eine stärkere Ausprägung der dunklen Triade haben. Also Narzissmus, Psychopathie und Machiavalismus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auch schon. Machiavalismus. Menschen, die zu Extrem neigen, haben das ein bisschen stärker ausgeprägt. Da ist eine Korrelation. Keine Kausalität. Du kannst es auch nicht haben. Aber das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, dass Extreme tendenziell ungesund sind. Dich tendenziell innerlich stören. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn du diese Extreme in dir erkennst, dann versuch mal so rauszufinden. Versuch rauszufinden. Wann bücke ich mich? Wann erlaube ich mir mal Bescheidenheit? Das hat mir extrem geholfen. Zu wissen, hey, im Zweifel bin ich lieber bescheiden. Im Zweifel lasse ich lieber los. Im Zweifel atme ich lieber nochmal tief durch. Und versuche nicht darauf zu beharren, dass meine Meinung die richtige ist. Versuche einfach mal zu glauben, dass du falsch liegen könntest. Das reicht schon. Es einfach nur für möglich halten reicht schon, um ein schöneres, harmonischeres Leben zu leben. Weil dann merkst du plötzlich, dass das Ganze auch gar nicht zu Ende gespielt werden muss. Das ist, was unser Gehirn nämlich macht, wenn wir in Extremen denken. Irgendwie kreieren wir damit in uns ein Bestreben, dass wir alles zu Ende führen müssen. Dass wenn wir jetzt in ein Gespräch gehen, wenn wir jetzt andere Menschen analysieren und merken, das ist nicht perfekt, was die machen. Oder das ist nicht gut. Das schadet mir auch, was die andere Person macht. Und wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Wir müssen das jetzt komplett durchsprechen. Wir müssen jetzt, boah, das muss bis zum letzten Bit durchprogrammiert reingesprochen werden. Aber sobald wir uns erlauben, bescheiden zu sein. Sobald wir uns erlauben, einfach glauben zu können. Es für möglich halten, dass wir vielleicht nicht 100% richtig liegen. Dann merken wir schon ganz automatisch, hey, wir müssen das gar nicht zu Ende spielen. Um ein harmonisches, schönes, verbundenes, glückliches Leben zu leben.